Ansonsten gab es noch einen kleinen Bug im Programmcode. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob sich das mittlerweile geändert hat. Ich habe das auf Twitter nur ganz kurz gesehen. Um diese Fressanimation zu üben, haben die das mit Ziegen getestet. Ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt hier eine Ziege mache, ob Frösche immer noch Ziegen... Ja! 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 Ziegen werden gefressen! Frösche fressen Ziegen, oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Also eine wurde gerade weggeangelt. Das haben die im Programmcode drin gelassen. Das ist doch mal mega nett. Einfach just for fun. Frosch plus Ziege. Frosch frisst Ziege. Und der guckt so unschuldig und denkt sich nichts. Oh mein Gott. Okay, ja. Das ist natürlich witzig. Das willst du ja schon für einen Short lohnen. Einfach nur so. Just for fun ist ein kleiner... Ja, das werden wir wieder raus machen. Aber die haben das zum Testen drin gelassen. Die dachten sich so, ja gut. An was können wir denn mal die Froschfressanimation testen? Ach komm, nehm mal eine Ziege. Rein da. Einfach gut. So.